Aber ich frage mich, also wo ist jetzt das Limit, Tom? Das ist jetzt gerade wirklich eine Frage, die ich habe. Ist das Limit einfach der Systemabsturz? Ich glaube, das Limit ist die Switch selbst. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich sehe ja auch, also falls da hinten welche verschwinden, ich würde es ja gar nicht mitbekommen. Oh, ist das toll. Noch ein Stück, noch ein Stück, jetzt. Yeah! Wir haben erhunted. Auf dem einfachsten Weg. Juhu. Okay, jetzt wissen wir nicht, ob es 21 sind es dann offensichtlich. Können wir nochmal durchzählen? Sicherheitshalber. Eins, zwei, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig Stämme. Oh! Oh! Oh Gott. Kannst du noch hochklettern? Nee, er fällt. Oh, jetzt fällt er. Ja, ja, der Wiggler war... Oh Gott. Boom! Wobbel, wobbel. Alter, das ist ja hervorragend.